Applaus Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Wir besprechen den Antrag der Linken, gerechte Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten, Doppelverbeitragung abschaffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe das Gefühl, Sie wollen die Krankenversicherung der Rentner hier in die Luft gehen lassen. Das finde ich generell falsch. Und dieses Instrument ist nicht in Ordnung. Ich möchte Ihnen erklären, warum 40 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland verfügen nicht über eine Betriebsrente und sorgen damit nicht zusätzlich zur gesetzlichen Rente vor. Dies ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ein ernstzunehmendes Problem. Und viele von Ihnen sind Geringverdiener und können den entsprechenden Lebensstandard schlichtweg so nicht halten. Deshalb haben wir mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, das ab dem 01.01.2018 gilt, ein umfangreiches Reformpaket geschaffen, das den Anreiz für die Inanspruchnahme einer betrieblichen Altersversorgung enorm steigern wird. Davon bin ich überzeugt. Mit diesem Gesetz wollen wir die Betriebsrente insbesondere auch in kleinen und mittleren Unternehmen weiter verbreiten und dadurch langfristig ein deutlich höheres Versorgungsniveau erreichen. Das ist in meinen Augen Zukunftspolitik. Aber hören Sie kurz zu, Versicherte in Deutschland können, und das dürfen wir bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, können eine moderne und qualitativ hochwertige Versorgung in Anspruch nehmen. Und zuletzt wurde auch in einer Expertenanhörung, und das sollten wir nicht wegwischen, einfach im Deutschen Bundestag im Gesundheitsausschuss Ende Januar 2016 deutlich gemacht, dass gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des medizinischen Fortschritts hier natürlich auch die Frage der Generationengerechtigkeit berücksichtigt werden muss. Die heutige Generation von Beitragszahlern leistet einen hohen Solidarbeitrag, und das hohe Niveau hier der medizinischen Versorgung weiter sicherzustellen. Würde die Beitragspflicht auf Betriebsrenten und Versorgungsbezüge abgeschafft, wäre von der jüngeren Generation ein noch größerer Solidarbeitrag zu leisten. Dies wäre im Hinblick, und erlauben Sie mir das noch einmal, im Sinne einer Generationengerechtigkeit nicht zu rechtfertigen. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, stehen wir auch weiterhin dazu, dass Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung, wie die von Ihnen angesprochene Direktversicherung, der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, wenn sie eine Einkommensersatzfunktion haben. In der gesetzlichen Krankenversicherung haben auch Rentner Beiträge zu zahlen, die sich an ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beispielsweise auf der Grundlage der Rentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung und von den Versorgungsbezügen messen lassen. Dies ist ein Teil des Solidarsystems der gesetzlichen Krankenversicherung. Unser Problem, das hier vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist in meinen Augen das, dass wenn man hier ein System aufbaut, und wir haben ja das bewusst auch so getan, dass man dann den Beitragszahlern nicht vor Abschluss des Vertrages hier transparent und aufrecht gesagt hat, dass das so zukommt. Darüber können wir reden. Das ist vollkommen klar. Und deshalb möchte ich Ihnen aber auch sagen, dass es deshalb mit auch ein Thema in den Koalitionsverhandlungen ist und dass die Parteispitzen sich hier unterhalten werden. In den Tickermitteln steht nichts drin. Nichts. Heute ist zur Rente verhandelt worden. Ich würde Ihnen doch sagen, warten Sie doch zuerst einmal die Ergebnisse ab. Lassen Sie hier die Spitzengremien tagen. Und informieren Sie sich nicht nur über die Zeitungen. Und ich möchte Ihnen auch noch mal sagen, weder die Zeitungen noch wir, wie wir hier herinnen sitzen, wissen, wie aktuell zu dieser Lage dann entschieden wird, in welcher Höhe, was hier überhaupt möglich ist. Ich würde hier nur eine Empfehlung aussprechen. Spielen Sie nicht mit den Gefühlen der Menschen. Gehen Sie auf die sachliche Ebene zurück und nehmen Sie dann diese Informationen her. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Ralf Kapscher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.